1980 gegründet, ist Novomatic heute Europas Nummer 1 in der Herstellung und dem Betrieb von Gaming Terminals. Tätig in über 75 Ländern mit rund 2100 Spielstätten weltweit. Was Novomatic auszeichnet, ist die einzigartige Kombination von Gaming Operations und Gaming Technology. Von innovativen, hochwertigen Gaming Technologie Produkten, die auch die Bereiche online und mobile umfassen. Über Sportwetten und Lotterielösungen bis hin zu Casino Management Systemen und neuen Medientechnologien. Ich bin Niki Lauder und ich setze auf Winning Technology.